Herzlich Willkommen bei Minecraft. Ja, heute wird doch eine fast feine Besetzung. Mein Name ist Darwin. Ja, hallo, halli, hallöle. Und unser Lieben Chester. Hallöchen. Und mit mir den Jommi. Ja, ich hatte heute einfach mal den Spaß daran gehabt, Tommy mal die Anrede zu überlassen. Warum auch nicht? Mal was zu unseres. Ja, genau. Hallo Fans. Ja, willkommen wieder zurück zu Minecraft. Wie ihr wisst, ich hatte Holzmangel und ich hatte ja jede Menge Bäume gepflanzt. Die sind ja auch jetzt alle wunderschön gewachsen. Wenn ihr hier so seht, wenn man mal hier so rausguckt. Baum, 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 Baum. Na an. 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 Und jetzt. Ich weiß ja, das waren auch elektrisch, das waren Berund. Na es war doch auch am Tag,� das ist gar nicht das auch bei Ox put ampä. Ngota an, escrever raus unter gar Keine. Na die Finger. Naja. Wintérieurz deinen Vorrat ziehen. Da ist Githubgel schon. Bruce Jetsky. Ja das ist eine Kirchen, der dromen. bei Russland. Ja das ist in einerjor Zeit. kann vielleicht aktuelle in der aktualisiert sich die karte doch nur ich weiß es nicht auch jetzt hätte ich so bald ein hauswerk baut da ist wie baum von ihm eine mitte nicht alleine so viel wenn es für ihn ist endlich gehen bis st er könnte ich eigentlich immer in zwei Minuten im Knast absetzen Prozent Tommi bei Gelegenheit löscht löscht so bitte die Zahlen oder so was man mit Korin der der Krieg von mir Strafarbeit ausputzen ganze Tabelle löschen nur die zwei zum besten die ganze Tabelle ist die natürlich mehr nervt weil mich irritiert das ganze dinge einfach nur ist 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 Ich bin der Baumfeller. Ich bin der Baumfeller. Ich bin der Baumfeller. meine Zuschauer sehen sie nicht, weil ich nicht aufnehme deine Zuschauer ja, meine Zuschauer, die ich nicht habe was ich gerade sagen eben hier vorne und deine Zuschauer sehen sie auch nicht gleich außer ich komme jetzt speziell zu dir und guck was du machst ja, das wäre auch oh, oh, ich habe ein Problem, fällt mir gerade auf mir wird wahrscheinlich das, ja, habe ich schon gedacht mein liebes Akazienholz ist leer dann muss ich mal gucken aber was soll ich jetzt dringend machen die Katze entweder da vorne in den Kamin schmeißen oder in einem der Kästen ist dann eine Entscheidung da gibt es ja also ich kann sie mir geben ich kann sie mir geben ich kann meine Ausdruck nicht anziehen ich kann mir ansonsten Kasse mir geben, wenn du die nicht brauchst ich kann mal gucken was da auch in seiner Welt sind packt Einfach in die Hand kleben. Ja, ich hab's in die Unterhautwerk getan. Und die anderen Blackage drin, Alter. So, dann gucken wir mal, ob Mark hat sie nichts finden. Diese Spitze hab ich dabei, gar keine Weile. Mal gucken, ob ich noch Ex dazu hab. Ei, ei, ei. Da ist jemand Hunger. Warum? Guck mal hier auf die Kürbis fahren. Ja, sie sind ausgeschaltet. Komplett voll. Sie sind ausgeschaltet. Hab schon verstanden. Genau so wie die Zuckerrohrmaschine. Ja, man hat mal loxt. So, während der Aufnahmeabwesenheit habe ich mir mal so'n Zaubertisch organisiert. Ein was? Ein Zaubertisch. Ah, ein. Schwuppdiwuppdiwuppdiwuppdiwuppdiwuppdi. So, weiß einer aber eigentlich, wo ich meine, äh, Lederrüstung hingeschmissen habe? Nein. War klar. Ja. Da ist mir das jetzt nicht drin, diese Daten. Jetzt kann man in die Welt gehen. Da. Wollen wir vorher noch schlafen? Bin ins Straßenhelbert. Können wir noch machen. Können wir machen von mir aus. Dann kann ich einfach kurz jetzt rüber gehen. Ja, wenn nicht, dann werde ich in den nächsten Folgen mit dem Akazienholz weiterarbeiten. Da kann ja auch welche suchen gehen, äh, Pflanzen gehen. Hab ich ja schon. So, ich schläfe. Ich auch. Bin aufgeregt. Ja. 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 Ey, was hab ich denn für Hund der Stadt ins Gesicht? Ja. 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 Gegenй ja auch. Umguck, ne. Du kannst dich- gefunden und so ganz blöd fragen ich gehe mal kurz ins dorf welches wohl ist noch ja das sind eilchenbäume ich sehe jetzt da mich einfach nur auf der karte lang rennt richtig genial mit seiner ledermütze sein skin die kühle auch man schießt sie bekommen die kunst gelitten im anja hat sich erst da es war man zu lieben macht man mit dem richtigen Weg zu der Haustür bei der Berichter die Blumen das dann kommt er darum und hier ist auf dem Doppel zu schützen auch kurz auch als erlösen ist nicht das Schüsse obwohl es eigentlich ein wüstenbaum ist ja Ich auch nicht. Da muss man ja was gemeinsam. Ich habe alles besucht. Wo habe ich Kies? Ich habe alles besucht. Bin ich zu blöd, den Berg hochzukraxeln oder was jetzt? Was soll es sein? Was soll es sein? Was soll es sein? Fakazenholz oder was? Hä? Was? Wie? Wo? Ja, das, was dein Zuschauer meinte. Wenn du zu dem Dorf kommst und du siehst gerade die Sonne so über den Hausdächern, dann solltest du von dem Blick aus nach links laufen? Da käme man angeblich zu einem anderen Dorf. Äh, ich bin die ganze Wüste entlang gelaufen und habe kein Dorf gefunden. Okay. Ich bin die ganze Wüste entlang gelaufen. Ich habe kein Dorf gefunden. Ich hatte ja die Katerin. Ich habe da nichts gesehen. Vielleicht ist das Ding ja unsichtbar gewesen. Ich will das Wochenende aus via Europa ins informalen Handzeichen der hoje. Ich halte mal ein Hex. Ich habe russisch. Erstens! dass du springst dich mal. Ja. Ein Creeper. Hä? Wer hat denn hier einen Weg oben hingebaut? Einen was? Hier kommt dann nach Region. Da ist oben Erde. Oben Erde. Ja, Erde. In der Luft vom Berghaus. Ist noch eine Erdplattform. Die ist da einfach gespawnt. Das gibt es manchmal. Die ist so eine Recher. Die ist ganz zusammen mit. Vielleicht kann man das noch für ein bisschen was gebrauchen. Die ist so eine Art Skybox. Es gibt jetzt manchmal, ich habe mal auf einer Weg von mir dort ein Haus drauf gebaut. Bis ich ein Block abgebaut habe und ich bin dann von einem Fall. Da habe ich auch keinen Bock mehr. Also, ich bin höchst motiviert. Ich gebe nicht so schnell auf. So, hier ist ein Mann von Schweizer Krieger. Hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihi und in welche Richtung muss man jetzt von der Sandstadt aus laufen links also weiter in die Wüste rein ja wie gesagt du musst den Sonnenstand nehmen also wenn er gerade auf wenn die Sonne gerade aufgegangen ist und muss dann von der Sonnenstand aus nach links laufen und ich habe recht da ist das Dorf da ist eine Stadt aber die ist von unserer von der Stadt aus so an die 450 Meter entfernt die habe ich selber schon mal gesehen und aufgrund nicht jetzt aber wie kann er die bis dahinten sehen das wundert mich jetzt hat er gar nicht hat nur die Sommer danach gucken vielleicht war das so er hat hat sie ist eventuell dieselbe Karte hat ja das ist echt warte es wird noch bestimmte Schemen und jetzt gespawnt hier dürfen so könnte eigentlich nicht sein dass man dieselbe Karte hat also doch das kannst du einstellen wenn er uns selbst sieht hat dann ist das kein Problem und dann muss den Sieg von unserer Karte ja die Stadt hier hatte ich schon was kommt die habe ich bei mir genau hier hinten markiert oh Frechheit von mir habe ich auch meine Kaninchen das ist ja wie viele hier sind bei mir ist nicht einmal sind wo ich bin ja gut ich bin ja auf Koordinator was ey ich kann nicht mehr das Spiel nein ey wir sind wir sind Prokop 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 was hat man jetzt schon wir werden kann nicht in Prozent wie wir kann nicht in Euro wird Sonnenblumen Ja, dann töten wir noch ein paar Kaninchen. Dann sind alle Kaninchen böse auf dich. Ja. Greifen dich sogar an. Schade, ich dachte, ich könnte jetzt da ein paar Bücher abgreifen, hat aber dann der Kerl dann die ja doch schon wieder geplündert gehabt. Gelootet. Die Bücher abgreifen. Die von den Büchern egal, ja. Da hab ich nichts rausgenommen. Da hab ich nichts rausgenommen. Ja, da können dann doch die Bücher doch holen. Da sind aber keine Bücher mehr, da hab ich übergeguckt. Ja, da war ein Korotort. Das habe ich nicht rausgeholt, ich war lediglich nur halt vorne bei der Schmiede, die von einem Creeper ein paar Sekunden zuvor gesprengt wurde. Da hab ich leider auch nicht alles mehr mitgekriegt, glaub ich. Und dann hab ich halt meine Kaninchen nicht gesteckt. Ja, in der Schmiede kannst du ja nicht viel mitkriegen. Ja, doch, in der Schmiede ist die Kiste. Ja. Und die war halt weggesprengt und da hab ich da auch nicht einen Gut. So, äh, was passiert, was hast du zu bieten? Äh, Birken. Ja, das ist schon richtig. Und Regen. Wer will Regen, ich hab ja Regen. Regen und Birken und Birken und Regen. Ja, ich glaub, ich geh da nach Hause. Was kann man eigentlich über diesen Fliegenpilzen machen, mit den großen da? Äh, die kann man abbauen und kriegt dadurch kleine Fliegenpilze. Genau. Und wenn der Fliegenpilz und der normalen Pilz heißt? Und ne Schüssel, dann kannst du ne Suppe machen. Genau, da kannst du Pilz putzen. Die hab ich dir mal in deinem Briefkasten reingeschmissen. So, wie komm ich jetzt da rüber? Yellow. Eine Spippe-Binne. Eine Spippe-Binne. Ja, ich hasse ich bin mittlerweile. Ja, du weißt schon. Oh, bist du cool? Erinnern wir uns an die Folge, wo ich abmoderiert habe? Scheiße, kleine, kleine, schwarze Spinner. Ja, das bin's, boh, man ist aber aus. Aber nein, guck, nein. Oh, das macht nicht so weiter. Ich bin eben verantwortlich. Du hast mich Schlupf dran gefallen. Jetzt muss ich gucken, wie ich da rauskommen. Ha, ha. Ausbuddeln. Wow, hier ist ja ein Plumener. So leicht ist das leider nicht. Ausbuddeln ist doch immer einfach. Äh, nein. Nicht, weil man keinen Spitzhacker grad hat. Gibt's auch ein Plumen-Biotom? Fragezeichen? Ja. Dann hab ich's gerade gefunden. Am meisten ist da, wo sehr viele Blumen sind. Halbes Herz, ey. Jede Menge Blumen, rote Tulpen, weiße Tulpen, branche Tulpen, und alles angrenzend am Dschungel. Ja. Und nicht schlecht. Der Johnny, der ist schrecklich. Der ist so schrecklich, der ist total lang. Nommi, es geht, es ist leitzend. Wurde von der Spinnung erschlagen. m ja und und was wir stehen noch ein Berg durchschnitt so wie war das mit Bücher herstellen der Kommer Papier und man braucht Leder das heißt Kühel Kühel Tüten du brauchst Prozent ein Leder ein Buch und wenn du ein Bücherregal machen willst dann brauchst du drei Bücher und sechs Holz ja das weiß ich auch nicht dämlich hast recht ich nehme eine Regendusche mach nicht nur du ich kann auch nicht eine Dusche nehmen wir müssen mit fünf Blöcke zurück ich sehe Wasser, sehr viel Wasser bin ich ja der einzigste der jetzt raus in der Stadt ist ich habe das Wasser nicht getroffen und drei hat sie verloren und es heißt drei erheb ich müsste mal irgendwann meine Rüstung in der Apparie und mein Bogen auch und mein Schwert ich glaube mir mal ein bisschen Zuckerrohr aus der Farm ist doch genug drin so und deshalb was heißt Clown ist da extra dafür da aber ich würde es dramatisieren ich würde es dramatisieren Glück habe ich meinen Bogen dabei du dummes Spinnvieh du ich weiß ich äh äh ja jetzt kommen wir sogar noch zwei Jahre ich glaube es hat hier Silfrut braucht seine Freunde gar nicht her zu schicken nur weil ich jetzt in der Spider Gaming Gewerkschafter bin Zusammenschluss mit anderen Let's Playern brauche ich die jetzt aber nicht als Werbung Mensch das haben wir ja sowieso angesprochen also wie gesagt ich bin in der Spider Gaming Zusammenschließung da sind mehrere Leute drin wie zum Beispiel auch der gute Silberrot meine Wenigkeit Platt Plattrücken Jaystar Jaystar ist drin mehr da noch Ich habe ja auch gerade für einen Spinn getötet auf jeden Fall findet ihr da jede Menge Videos Let's Plays von denen, von mir, von überhaupt und es ist eine offene, eine öffentliche Zusammenkunft das heißt wenn ihr Interesse habt und sagt ey ich bin ein kleiner Let's Player ich möchte aber da gerne mitmachen dann tut das meldet euch an, kommt vorbei und ich hab schon wieder euer aua ich kann nicht auch so was verschen ich bin dann entspannt blöderweise habe ich natürlich jetzt meinen und da wurde er von creeper in die luft gejagt gut ich wollte sowieso gerade nach hause ich wollte mich gerade sagen blöderweise habe ich meinen kompass vergessen jetzt bin ich aber auch zu hause dankeschön dummer creeper ich bin hier am strand unterwegs wie der blum er von 1 meine darstellung vom ofen ist kaputt sehr unbeschädig sehr unbeschädig sehr unbeschädig die textur von meinem ofen sind kaputt drück a und f3 gleichzeitig dann werden deine textur neu geladen weil es dachte ich ebenso in der spiel und wieder das ist nicht kommen ich habe es nicht hingekriegt und die komischen sind gleichzeitig drücken und hier ist kein schiff 3 geht nicht geht nicht dann musst du wohl neue auslösen ja das mache ich aber jetzt nach dem video denn es kommt Ende gelände aber wo wir haben wir dann noch war noch zwei Minuten siehst du ha 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 heute in den zwei Minuten schaff ich es nicht zurück ich tue ja auch nicht es gibt auch oben um um bei der abmoderation so einen wunderbaren Knopf das war ja gemeint üben nur jetzt aber schon mehr bei mir nicht die ganze Zeit noch kurz in Hölzerschein da wollte doch tatsächlich gerade ein Kribe durch meine Haustür verpiss dich genau in die Richtung tschüss heiland wird man schon sagen so ein hässliches Vieh gejagt so wie war das ähm die anordnung für ein Buch ja Leder in der Ecke und das Leder die drei Blätter drum herum legen sagen wir es einfach so pack auf Platz sieben ein Leder und Platz äh 4,5 und 8 äh jeweils ein Papier hey ich hab sieben Bücher bekommen so so aber dann will ich jetzt was testen noch bevor wir abmoderieren ja mhm 哪 ja irgendwie ich sage ich habe kühl gefunden er ist doch schön dass du kühl gefunden hast das habe ich auch nicht nur mit töten das ist unten den Knopf getätigt um rauszukommen oder was die Mechanik dauert irgendwie zu lang habe ich fast das Gefühl ich kann hier unten auf den Knopf dritten und gemütlich noch hochgehen das ist doch nicht schlimm oder nein schlimm ist das nicht ich werde deine Sonne verpeilt ich werde deine Sonne verpeilt keine Ahnung was hat wenigstens auf kurz rechnen nein wird eigentlich nur dein Hünchen hier füttern dann tu das doch ach ich bin ja noch in meinem Anzug sehe ich gerade sein Hünchen steht neben dir und macht äh Herzchen ja so dadurch dass Tommi ja noch in der Milgnis rumlummert und von draußen zu kommen und hier steht und auch schon leider die Zeit abgelaufen ist müssen wir auch schon leider uns verabschieden schieben schön für die Festung ich traue mich nicht einzugehen ja dann lass es doch machen wir in der nächsten Folge weil es in die Festung geht ja 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 naja gut ähm ich übernehme heute mal das komplette Grüßen also ich grüße alle Abonnenten alle Familienmitglieder alle ähm spontan Zuschauer und alle die gegrüßt werden wollen und ja natürlich mal sagen Have Fun Good Life Ciao Tschüss Tschüss